Ich glaube, er wird da jetzt durch, ey. Auch egal. Was heißt drauf? Wolf, vier Bären. Ach, jetzt ist es bei dieser Hütte. Da, wo dieses Torhaus in der Hütte drin war. Ich suche euch mal einfach, ohne Plan. Lauf doch einfach zur Base. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo die ist. Ah, Moment. Moment. Ich muss ja erstmal mal ganz viel verhändeln. Ich brauche selber was. Trotzdem. Ich glaube, ich steppe jetzt so oft, wie ich vor eurem Haus bin. Er kann zu lange versuchen. Ich weiß. Ja. Gut. Irgendwie immer auf uns. Ah, der ist ein Feindel. Fändt ihr den Out-Clan? Nee. Da ist gerade jemand mit vom Out. Hier bei mir. Der hat vorhin was geschrieben, ne? Naja. Nein, ich bin gerade einem hinterherlaufen, weil ich merke das nicht. So, ich bin jetzt wieder bei den Tanks gleich. Dann gucke ich nochmal da nach, ob ich da wieder irgendwas Schickes finde. Da bin ich so ein M4 oder so. Hey, der Typ. Der Typ läuft mir ein bisschen zu schnell. Er soll mal stehen bleiben. Hello. Shotgun. Gefunden. You are friendly to me, I am friendly to you. You are friendly to me, I am friendly to you. Ja. Sechs Stück. Na ja. Noch Medikit und wieder acht von den Schmerz... Äh. Ich will mal Schmerzmittel sagen. Von den Radioaktivpillen. Ja, ja, genau. Aber ich habe natürlich die schlechteste Shotgun da. Da sind überhaupt keine Aufsätze drauf. Ja. Ich gebe sie ja an dir, ne? Ja. Da ist ja an drin. Aha. Weini, komm her. Das ist ganz scheiße, dass da Bären sind. Okay, ich lauf weg. Ah, das ist mal ein Wolf. Super. Perfekto. Ah, da bist du. Ja? Warte mal. Ich lauf mal woanders entlang. Siehst du mich? Nee, nee. Da war erst jemand anderes. Dein ist auch jemand. Hey, hi. Ach, du bist das. Hi. Ich wollte den gerade erschießen. Da hast du Glück gehabt, ey. Ich hab deinen Namen nämlich nicht gesehen. Ich denke auch nicht. Alter. Hast du ne Waffe? Ja. Was für eine? Oh. Die Shotgun. Gibst du sie mir? Ich kann damit besser was anfangen. Ah, nee. Ich gib sie gleich, Jonah. Okay. Nee, ernsthaft. Ich kann damit wirklich was besser anfangen. Ja. Vertraue mir. Ich gib ihm gleich, Jonah. Wie lange ist schon dieses Spiel spiele? Würde ich mir gar nicht glauben. Seitdem... Du hast es... Du hast es... Du hast es schon seit vor Release, ne? Nee, seit dem Release. Also... Seitdem es auf Steam ist. Auf Steam. Ja. Sag ich doch. Das ist eigentlich gar nicht so ein weiter Weg zu den Tanks, ne? Das geht eigentlich voll. So, Moment. Also, da war jetzt Redtown. Dann müssen wir jetzt hier entlang... Ja. Du folgst mir, ne? Ja. Äh, von der alten Base. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Manuel? Ja. Lass mal rechts gehen. Ja, wir... Wir müssen jetzt einfach nur hier den... dem Deck entlang. Ah, okay. Einfach jetzt immer hier geradeaus. Und dann da hinten muss das irgendwo sein. Ähm. So, ähm. Ich glaube, du bist falsch gelaufen. Nee, eigentlich nicht. Doch. Nein. Ah, doch, doch. Du musst rechts. Geh mal hier rechts den Berg hoch. Hier rechts. Naja, was? Wo willst du hin? Wir haben da hinten gebaut. Geh einfach rechts. Ach ja, ja, okay. Da oben sind wir jetzt. Hier habe ich... Hier hole ich ja mal Holz. Hey, wo bist du denn? Ich kipfe gerade. Ich weiß nicht nur, dass du das bist. Ach, da seid ihr. Hi. Hi. Haben sie aber schnell wiedergefunden. Ja. Und gleich kommen wieder irgendwelche Idioten in der Teflonrüstung und meinen uns wieder alle umschießen zu müssen. Äh, ja. Kevleiter. Teflon. So, Moment. Ich hatte noch den Code noch gar nicht drin. Ja, ich weiß. Wie immer. The door is locked. Enter Code. 6565. Kann ich... Ich kann sie nicht aufmachen. Ja, du musst doch mal machen. Weil der hat gerade die Tür auf und zu gemacht und dann funktioniert das nicht. Ah, jetzt kann ich's. Da. Ja. Haben wir gerade nachts oder sind wir gerade im Tag? Nein. Warte mal. Was hier denn? Nein. Buna, komm mal her. Ja. Äh, ne. Die Munition hab ich schon nachgeladen. Ich hab jetzt noch, ähm, 556 Ammo. Drei Stück. Ja. Ja. Ja, ich kann da nicht ran, wenn ihr da draußen seid. Willen. Ich nehme mal die, ähm, die, ähm, die Stone, die Stone Hatchet. Habt ihr auch was für mich? Hier ist sogar noch mehr, äh, Muni. Ne? Nur mal so. Habt ihr vielleicht, äh, irgendwas für mich, was ich benutze gerade zum Camp? Ähm. Okay, also Jonah baut meistens und, äh, ich bin dann eher so der Holzbimbo. Welche Steine brauche ich? Fünf, dann habe ich 14 mit. Wollen wir mal, ähm, Sachen suchen gehen? Also, so welche Kisten? Wollen wir mal, ähm, Sachen suchen gehen? Also, so welche Kisten? Ähm, so welche Kisten? Oh, so welche Kisten. Okay. Won nichts. Oh, so welche Kisten? Okay. Oh, wha. Oh, ich bin jetzt schon mal. Oh. 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 Ja. Okay, da hinten bist du. Aber wir haben jetzt hier natürlich echt irgendwo gebaut, wo keine Tiere sind. Und da ist gerade auch immer eine fette Base aufgeploppt. Da ist jemand am Fliegen. Was? Ja, der Shepo. Wo? Da ist jemand am Fliegen. Nein, keine Ahnung wie da ist. Der fliegt auf jeden Fall. Ich sehe ihn auch, aber er fliegt doch gar nicht. Er läuft ja doch. Was? Nein, der fliegt. Da hinten, im Baum. Im Baum? Ja, der fliegt. In welchem Baum? Doch, der kann fliegen. Ey, ich sehe den Typen nicht. Nein, ich sehe den aber. Ich erschüsse. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, im Zigstack laufen. Ähm. Wenn du vor unserer Base stehst, links und dann auf diese große Wiese. Und dann kommt da irgendwann so... Dann links nach links nach links. Ja, ja, ich weiß, ich weiß wo die Base ist. Ähm. Ne, ne, genau anders. Wenn du vor unserer Base stehst, vor dem Haupteingang und dann links rum. Ja. Okay. Eben nicht. Wenn du vor der Tür stehst. Ja, und dann ist da diese mega... Dann ist da so eine große Wiese. Und irgendwann ploppt da so eine große Base auf. Ja, und da meinte er eben... Ja, ich habe ja auch jemanden gesehen, aber ich habe niemanden fliegen gesehen. Ja. So. Nein. Du könntest ja einfach den Wolf umbringen, der Shotgun. Mach das mal. Gib... Gib mal mir die Shotgun. Ich mach das. Ja, ich mach das. Wirklich. So. Haha. Ah, dieser scheiß Wolf. Ich brauche mich in zwei Schüsse. Das warst du, ne? Wer? Der Typ, oder? Wer? Ach, okay. Der Wolf jetzt. Ich dachte eben, du hast irgendwie einen Typen umgebracht. Ähm. Ich habe nicht genug Holz. Äh. Ich habe noch gar nichts. Achso, doch. Den Snickers da, ne? Ich habe zwei. Dann konnte einer an einen Baum rangehen. Okay. Er geht eben Holz um und ich gehe auch wieder Holz um. Okay. Ja, okay. Viel Glück. Und komm lebend wieder.